Open Gate Recording, das ist seit einigen Jahren wie so ein Zauberwort und wenn das bei der Beschreibung von der Kamera dabei steht, dann ist die gut. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, warum das wirklich cool ist, Open Gate Recording zu können und warum ein Grund eigentlich immer so ein bisschen unterschätzt wird. Was ist Open Gate Recording? Nun, das bedeutet nichts anderes als, dass der komplette Sensor ausgelesen wird der Kamera, egal wie groß der ist. Das ist in dem Fall, das ist die Panasonic S1H, sind es 6000 Pixel in der Breite und 4000 in der Höhe. Also ein 6K Video. 6K wird eigentlich nicht ausgespielt. YouTube ist in der Regel 4K und Instagram Reels oder andere Sachen haben noch geringere Auflösung. Warum ist das aber trotzdem cool? Wenn man sich dieses Bild jetzt hier anschaut, dann ist das wahrscheinlich ganz okay, aber es ist eigentlich kein Zielformat. Wir kennen dieses Format, was an alte Fernseher erinnert, eigentlich nicht mehr so richtig. Wir kennen und lieben diese breiten Bildformate, wie zum Beispiel 16 zu 9. Und wenn du jetzt nicht nur ein Filmemacher bist, sondern auch ein Content Creator, das heißt, deine Filme möchtest du auf Instagram, auf Facebook, auf Webseiten und wo auch immer präsentieren und du brauchst da bestimmte Bildformate, sprich Zuschnitte, dann bist du froh, wenn du Open Gate recorded hast, weil du kannst aus diesem Bild, was überall ein bisschen mehr Pixel hat, als du brauchst, immer genau das Richtige zurechtschneiden. Dieses 16 zu 9 sieht, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich ganz gut aus. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, dann schneide ich doch da raus zum Beispiel einfach ein Hochkantvideo, ein 9 zu 16 Video für ein Instagram Reel. Ja, das sieht dann aber so aus. Und wahrscheinlich wird es dir nicht gefallen, weil jetzt der Kopf noch immer für 16 zu 9 perfekt positioniert ist, das heißt eigentlich etwas höher am Bildrand und für 9 zu 16 sieht es total gequetscht aus. Und jetzt haben wir ja diesen Puffer, dadurch, dass wir den kompletten Sensor aufgenommen haben und können das Bild nochmal neu positionieren und anders zuschneiden. Und jetzt sieht es viel besser aus. Also dieser Puffer nach oben, das ist der Hauptgrund, weshalb Open Gate Recording so cool ist, wenn du für verschiedene Endformate zuschneiden möchtest. Ein quadratisches Video oder 5 zu 4 oder was auch immer du willst, das ist jetzt ein leichtes. Übrigens, in Kameras wie zum Beispiel meiner S5 Mark II, da steht nichts von Open Gate Recording. Das ist kein Stichwort, das man da suchen und finden kann. Das wirst du einfach finden, wenn du weißt, wie groß dein Sensor ist. Und hier steht ja dann, wie viele Pixel in der Höhe und in der Breite für dieses bestimmte Format, was du gerade angewählt hast, aufgenommen werden. Und mittlerweile können eigentlich die meisten modernen Kameras Open Gate Recording. Selbst die neue Lumix S9, die nicht bei allen auf so große Gegendiebe gestoßen ist, die kann das. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Fände es total cool, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du, falls du die Videos gerne schaust, auch dann benachrichtigt wirst. Ich freue mich über ein Like und sage bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über ein Like und sage bis zum nächsten Mal.